Dieses Video thematisiert die Charakteristika des Internets im Kontext des digitalen Tourismus-Marketings. Digitales Tourismus-Marketing unterscheidet sich von einem analogen durch den Einsatz technologischer Potenziale. Durch diese technologischen Potenziale entstehen neue und integrierte Kommunikationszusammenhänge. So verändert das Internet nicht nur das Tourismus-Marketing, sondern es erweitert auch die Formen und Möglichkeiten der Verständigung. Die Kommunikation wandelt sich insbesondere durch die Charakteristika des Internets, der Virtualität, der Multimedialität, der Individualität und der Interaktivität. Durch die Virtualität bzw. der Virtualisierung von Informationen im Internet werden diese ubiquitär. Das heißt, dass die Informationen im virtuellen Kontext weder räumlichen noch zeitlichen Beschränkungen unterliegen. Unter Voraussetzung eines Internetzugangs kann überall und zu jeder Zeit auf die virtuellen Informationen zugegriffen werden. Darüber hinaus beeinflusst die ubiquität auch zwischenmenschliche Interaktionen, die sowohl synchron als auch asynchron erfolgen können. Eine typisch synchrone Kommunikation ist die mittels eines Chats, wie sie zunehmend im digitalen Kundenservice eingesetzt wird, wodurch eine unmittelbare Reaktion auf Fragen seitens der Nutzer möglich ist. Das klassische asynchrone Medienformat ist die E-Mail, die neben räumlicher auch zeitliche Flexibilität ermöglicht. Für touristische Anbieter, wie beispielsweise einem Hotelbesitzer, bedeutet dies, dass er seine Zimmer weltweit und unabhängig von seinen Öffnungszeiten anbieten kann. Die Informationen zu Preisen und Verfügbarkeiten von den Hotelzimmern können ubiquitär eingesehen werden und die Buchung und anschließende Aktualisierung des Angebots können automatisiert werden. Somit führt das Internet im Tourismus zu einem massiven Angebotswandel und vielen neuen Geschäftsmodellen. Gerade für Nischenanbieter bietet sich eine Chance. Denn aufgrund moderner Suchtechnologien sowie der Ubiquität der Informationen kann die Verbindung des touristischen Angebots und der Nachfrage im Web sehr differenziert erfolgen. Dies führt dazu, dass auch Produkte, die weniger nachgefragt werden, einen Abnehmer finden können. Während die Virtualität eine grundsätzliche Bedingung der Kommunikation über das Internet darstellt, bezieht sich die Multimedialität auf die Ausgestaltung eines virtuellen Kontaktes. Der Begriff Multimedia bezeichnet dabei Kommunikationsmittel, die aus mehreren Medienformen wie Bild, Text und Video bestehen. Die multimediale Informationsdarbetung im Internet ermöglicht durch die Integration von beispielsweise Bildern oder Videos, eine Emotionalisierung der Reiseprodukte und das immaterielle touristische Produkt kann in gewisser Weise greifbar werden. Entscheidend ist eine umfangreiche und vielfältige Webpräsenz der touristischen Anbieter. Der Hotelbesitzer kann dabei die digitalen Informationen auf seiner Internetseite einbinden oder dezentral auf diverse Kanäle externer Anbieter wie zum Beispiel YouTube auslagern und im Anschluss wieder auf der eigenen Seite integrieren. Die Individualität ermöglicht es den touristischen Leistungsträgern ihre virtuellen und multimedialen Informationsangebote und Produkte zu personalisieren und an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Dabei macht die Immaterialität der touristischen Produkte das Tourismusmarketing zu einem Geschäft mit Leistungsversprechen bzw. Informationen. Denn die Leistungserstellung beispielsweise bei einem Flug erfolgt erst nach dem Kauf des Flugtickets. Deshalb ist es im digitalen Tourismusmarketing besonders wichtig, dass die touristischen Anbieter so viel wie möglich über die Wünsche des potenziellen Gasses in Erfahrung bringen, um das Informationsangebot so individuell wie möglich zu gestalten. Durch das Suchverhalten und aktive Teilen personenbezogener Daten können Präferenzprofile entwickelt und die Kundenansprache personalisiert werden. Die Interaktivität ist eines der zentralen Charakteristika des Internets, da die bisherigen Medien der Massenkommunikation nur einen sehr eingeschränkten direkten und einseitig gerichteten Austausch zwischen Anbieter und Kunde erlaubten. Im Internet löst sich das Verhältnis zwischen Sender und Empfänger auf und jeder Empfänger kann auch Sender sein. Im Gegensatz zu Medien wie Telefon und Fernsehen vereint das Internet die synchrone wie asynchrone Interaktivität und die spezifische Gruppen- und Einzelansprache. Somit schafft das Internet eine neue Form der Kommunikation, welche durch die Rückkanalfähigkeit bei gleichzeitiger Massenansprache gekennzeichnet ist. Öffentliche One-to-One-Kommunikation kann bei entsprechender Aufmerksamkeit von massenhafter Wahrnehmung überlagert werden. Ein klassisches Beispiel dafür sind Online-Bewertungen, die an den Gastgeber aber gleichermaßen auch an andere potenzielle Touristen gerichtet sind, die sich durch die Rezensionen beeinflussen lassen. Touristische Akteure werden also langfristig nicht umhinkommen, sich mit den kundenseitigen Austauschprozessen auseinanderzusetzen. Demzufolge beeinflussen die Charakteristika des Internets das digitale Tourismusmarketing grundlegend.